In diesem Video lassen wir Mario über die größten Wände von Mario Odyssey springen. Denn jeder einzelne Mond, den wir sammeln, gibt uns mehr und mehr Sprungkraft. Beginnend im letzten Video mit zerkleinenden Sprüngen, arbeiten wir uns heute zu den richtig großen vor. Wir sind hier im Cityland, das Ganze ist noch bei Nacht. Aber, was wir nicht vergessen dürfen, wir springen ja richtig hoch mittlerweile. Und wir werden nur noch höher springen. Mit jedem Mond, den wir einsammeln, springen wir höher und höher. Das Ding ist, Cityland ist so ein Land, das ich lange nicht mehr ordentlich gespeedrunnt habe. Oder gespielt habe und ich über die ganzen anderen Länder geübt habe. So, zack, alles kein Ding. So, man springt so hoch plötzlich. So, so, zack, zack. Oh mein Gott, ich habe den Mond verpasst. Zack, und jetzt sollten wir nur noch höher springen schon. Ah, das ist ja wunderbar, ehrlichsten. Zack, 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 zack. Und den nächsten Mond holen. Easy, komm her, Mecca Wiggler. Die, 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 die. Bonk, 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 bonk. Rein mit dir, tschüss. Das ist mit Abstand der nervigste Bossfight im ganzen Spiel, muss ich sagen. So. Danke sehr. Wir bekommen drei Monate mehr, das heißt, wir dürfen jetzt nur noch höher springen. Schaut, wie hoch wir springen können. Ah, nein, nein. Rechts rein, easy. Habe ich. Nein. Schade. Ja, easy. Zack, 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 zack. Und jetzt hier rüber zum Trompetenspieler. Ach so, wir müssen ja zuerst, oh mein Gott, wir müssen ja zuerst alles aktivieren. So, hallo. So, dann machen wir halt da gleich weiter. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Jo, ich komme. Hallo. Nächste Mond ist auch schon da. Ist auch kein Problem, dieses Sub-Area jetzt für uns. So, zack, fertig. So. Alter, das ist so hoch. Das ist so crazy hoch. Zack, fertig. Trompetenspieler, rein da, komm. Und rein da. Zack, nächster Mond. Hello. Kommen Sie ran. Was? So, easy. Das ist ein Mond. Okay. Alter, die Sprunghöhe. Zack. Schaffen wir den Stern in einem Sprung. Zack. Wee. Mit der Catch. Wuh. Nice. Okay. Das heißt, uns fehlt nur noch ein Mond. Dann haben wir Metro Kingdom auch abgeschlossen. Captain Toad. Give us something. Okay, der ist weg hier. 3,20 Monden. Wir springen mittlerweile schon so hoch. Okay. Zack, 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 zack. Polarland. Alles eisig. Alles kalt. Ich weiß. Danke, Cappy. Aber wir können jetzt einen ganz bestimmten Skipper nicht ziemlich einfach machen. So. Zack. Und drüben. Und Mond. Das war der Skip. So. Easy. Nächster Mond. Okay. Goomba. 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 Zap. Dann holen wir uns den Goomba-Mond. Den Mond noch am Ende. Es ist so scam. Es ist so scam, dieser Mod. Wow. Ah, mein Gott. Ich springe so hoch. Ich will doch nur den Moonshart haben. Ah, ah, ah. Ich springe so hoch. Okay, da kommen wir sicher rauf. Oh, mein Gott. Easy. We bouncing. Wir gehen zurück zur Odyssee. Wir werfen da alles rein. Wir ballern da jetzt alles rein. Wir gehen zurück zur Hood Area und skippen dort alles. Wir skippen die Brücke. Wir skippen die Frosch Area. Wee. Und wisst ihr, wie man den Skip jetzt macht? Also, man braucht keine Left Side. Man macht es einfach so. So, jetzt zurück in die Odyssee. Wir machen jetzt Seaside. So, Küstenland. Für diesen Mond braucht man normalerweise einen Tintenfisch. Heute brauchen wir ihn nicht. Ups. Und nächster Mond. Sehr geil. So, okay. Zack. Rakete. Rein da. Okay. Hup. Easy. Auch die Rocket überhaupt kein Ding. So. So, Dory. Hello. Okay. Rein da. So. Zack. Zack. Falls ihr es nur noch nicht getan habt, dann abonniert diesen YouTube-Kanal. Lasst doch einen Like da. Und schaut bei den anderen Socials vorbei. Instagram und TikTok vorallem. Um keinen Content mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video. Okay. Wir brauchen jetzt noch einen Mond. So. Zack. Zack. Ja. Easy. Okay. Easy. Nice. Rein da. Jetzt kommt mein absolutes Hasskönigreich. Let's go. 93 Mond im Schlepptau. Jetzt geht ins Schlemmerlemmerlummerland. Ins Schlummerland geht es jetzt. Woo. Zack. Ich will ja nicht das hier skippen. Aber ich glaube, den machen wir jetzt einfach. Den Spirit Boss Fight. Es dauert einfach viel zu lange. Ich kann nicht springen. Ich kann legit nicht auf ihn drauf springen. Es geht nicht. Zack. So. Und weg mit dir. Zack. Dip 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 dip. Mit. Nein. Ich wollte mit in die Suppe. Zack. Danke sehr. Nice. Nächster Mond. Kein Ding für Super Mario. Heute ist wirklich Super Mario. Bidididim. 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 Easy. Oh. Huch. Ah. Ah. Niu. Zack. Dann hier. Das Stück Fleisch weg. Da oben sind wieder ein paar Monde. Nein. Okay. Zack. Drei Stück. Das heißt, drei Monde höher springen. Zack. Zack. Ah. Nein. Nein. Lass mich. Einfach rauf springen. Ich weiß gar nicht, was ihr normalerweise habt mit dieser Area. Und rein da. Okay. Ne. Geht nicht. Schade. Müssen wir die Blobs verwenden. Nein. Komm. Komm. Ja. Alter, wenn ich jetzt am Feuer verreckt wäre. Junge. 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 Okay. Oh Mann, ich hasse dieses Königreich so sehr. Zack. Oh nein. 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 Mayday. Mayday. Kommen wir da unten zu Captain Toad. Captain Toad, ich komme. Hi Toad. Alles klar? Alles fresh Captain Toad. Dann zurück rauf da. Zack, 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 zack. Und Pong. Rein mit uns. Tschuu. Pong, Pong. Ah. Hattest mich. Prima. Nice. Zack, 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 zack. Easy. Okay. Alter, jetzt komm schon. Ernsthaft. Danke. Oh mein Gott. Okay. Drei weitere Monde. Bedeutet dreimal mehr Höhe. So. Zack, zack, zack. Hallo. Ihr habt neue Artikel bekommen. Nice. Ihr habt einen Mond bekommen. Danke sehr. So. Zack, 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 zack. Mehrere Monde drinnen. Perfekt. Ein letzter Reisetipp vor dem Bau des Königreichs. Warum wackelt das alles? Weil wir zu Rund Kindem zurückgeschlachtet werden. Oh mein Gott. Ich habe doch Schaden bekommen. Geschaffen ist mit einem Backflip einfach dir auszuweisen. Und Backflip. Eins, zwei. Komm schon. Okay. Es geht. Es geht. Es geht. Es ist tricky, aber es geht. Backflip am Anfang wieder. Boah, der Drache sieht aber schon mächtig aus. Puh. Zack. So. Runter. Eins, zwei, drei, vier. Und Instant. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das schaffen wir. Top, 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 top. Zack. Okay. Nein, 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 nein. Okay, haben wir. Alles easy. Go, 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 go. Ja. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt. Reinballern und jetzt ab in Bop, Bop, Bop. Pausers, Kinder. Das wird jetzt lustig, weil wir alles überspringen können. Long jump. Sorry, Goombas. Flop. Zack. Bonk. Nice. Und direkt rauf. Okay, das heißt, einen Mond weniger, den wir brauchen. Wir gehen nicht durch die Tür, wir ein normaler Mensch. Machen das hier über die Wand. Zack. Wee. Können The Floor ist Lava spielen. Oh mein Gott. Ah, Hilfe. So, zack. So, und fertig. Hui. Auf da. Nächster Mond, weil wir können es. Mehr Höhe. Zack, 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 zack. Je mehr Höhe, desto besser. Hi. Na, alles fresh und clean. Schaffe ich es da rüber? Ich weiß aber nicht, ob mir das Game progressen lässt. Ich springe gegen eine unsichtbare Wand. Ernsthaft? Really? Komm schon. Wie viele Big Bombas auf mich. Bonk. Warum da rüber? Woo. Sorry. Oh nein. Brought back into the fight. Oh mein Gott. Ähm, ähm, ähm. Harriet, kannst du bitte aufpassen? Ich muss hier auf dich drauf springen. Sorry. OP-Taktik. Legit OP-Taktik. Bonk. Wieso da rüber? Harriet. Don't leave me. Danke sehr. Und jetzt fall schneller um. Auf geht's. Gegen Topper. Topper, willst du mich verarschen? Bonk. Zack. Popper. Nein, 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 nein. Ich springe da einfach drüber. Mir ist es Bums. Oh mein Gott. Nein. Komm her. Ah. Yes, haben wir es. Nicer, nicer. Zweite Bowser-Statue weg. Jetzt springen wir da einfach rüber. So, wie wir es am Anfang schon machen wollten. Okay. Denkt ihr wirklich, dass man für dieses Level einen Pokio braucht? Ich glaube nicht. So. Und rein da. Wer braucht schon Pokios, wenn man Super Mario ist? Oh mein Gott, ich bin direkt in seinen Mund gesprungen. So. Bonk. Nice. Nein. Alter, wenn man treffen könnte, dann wäre das glaube ich auch easy peasy. Ah. Oh, zack. Nein, okay. Easy. Easy. Ich habe nur einen Versuch gebraucht. Es war alles, alles perfekt. Genauso wie ich gedacht habe. Gut, du alte Schrottkiste weg mit dir. Mhm. Ciao, ciao. Maximale Potenzial der Odyssey. Und jetzt geht's auf zum Mond. Okay, gut. Und, und, und ihr heute so? Okay, was wir brauchen, sind die Speedpflanzen. Boing. Und jetzt geht's los. So, ready? Wuuu. Wir müssen ja auch noch ein Geschenk mitbringen. Und natürlich können wir nicht einfach so in die Kirche reinlatschen, sondern müssen eigentlich erst den Ausblick von ganz oben genießen, wir müssen die Glocke läuten. Was, willst du mich hier rein droppen? Wait. Das wusste ich nicht, dass hier ein Mond ist. Oh, wie süß. Den nehmen wir. Hallo. Ich bin's, Mario. Bowser. No bueno. Zack. Punk. Ich bleib einfach oben, du. Kein Stress. Oh, vier Hüte hast du. Wahnsinn. Zack. Hier oben, Bowser. Du musst ein bisschen besser aimen, mein Lieber. I'm sorry. I'm sorry, Bro. Okili, okili. Bowser, läuft aber jetzt wieder ganz normal. So, Lauf, Bowser. Rein da. Alles Roger in Kambodscha. So, und rein da. Zack, 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 zack. Danke sehr. Kein Stress im Schneckenhaus. Alles gut. Ah. Super Mario Odysseus. Mit jedem Mond springen wir höher und cooler und weiter und cooler und höher und weiter und cooler. Danke fürs Reinschauen, meine lieben Freunde. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann drückt gerne auf Abonnieren, einen Daumen hoch und hinterlasst einen Kommentar. Es wird nämlich noch viel mehr Mario Odyssey geben auf diesem Channel. Es macht megamäßig viel Spaß. Auch wenn ich hin und wieder inte. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.